hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen fortnite video heute geht es mal darum wann die superhelden skins wieder in den fortnite item shop kommen denn viele von euch haben wir haben sich also ganz viele zuschauer haben die kommentare geschrieben dass ich bitte wieder ein video machen das soll wann die superhelden skins reinkommen er muss sagen meine letzte prediction zu den superhelden war fast richtig sind irgendwie einen tag später gekommen also vielleicht möchte wieder eine sehr sehr gute prediction unter anderem ich mache nun dann ein gewinnspiel ihr könnt nämlich eine 5 euro pay save card gewinnen ihr mitmachen könnte es ganz einfach ihr müsst einfach nur meinen kanal abonnieren und unter diesem video euren epic games namen in die kommentare schreiben wenn ihr das gemacht habt dann tage ich tage ich euch in eine word datei oder macht ihr automatisch mit beim gewinnspiel das gewinnspiel wird am 7 märz 2022 aufgelöst so wenn wir uns nämlich einmal anschauen wann die superhelden skins zuletzt im fortnite item shop drinnen waren das war nämlich vor 17 tagen also am 12 januar das ist eigentlich relativ kurz wann jetzt aber wenn ich mir jetzt die letzten datums anschauen wann die halt immer im shop waren waren es immer so abstände von alle 42 40 tage kamen die in den fortnite item shop also dann waren die mal am 8 november in danach waren die am 11 dezember in und dann am januar waren die in genau also sind halt immer irgendwie immer so 40 48 42 tage abstand das bedeutet dass meine prediction werde dass sie im märz kommen also wahrscheinlich oder sogar schon früher also februar februar könnten die kommen am vielleicht am 29 februar das wäre eine prediction und die zweite prediction wäre irgendwas im märz also am 7 märz also wenn euch das video gefallen hat dann wünsche ich noch einen schönen tag und wie sagen lasst doch gerne ein abo und like da und wie sagen hau zu sein